Du hast endlich dein Abi in der Tasche und möchtest nun studieren, weißt aber nicht was? Du wolltest schon immer mehr Wissen über den Islam erlangen oder dein fundiertes Wissen weiter vertiefen, weißt aber nicht wo? Dann bist du genau richtig bei uns. Wir, das Berliner Muslava-Institut, bieten seit 2017 den Bachelorstudiengang Islamische Theologie an. Hier sieht man eine Übersicht dieses Online-Studiums. Zum Studium gehört die Disziplin der Koranexegese. Ein fester Bestandteil des Theologiestudiums sind neben den Kursen Islamische Ethik und Glaubensgrundlagen auch die Kurse Islamische Erkenntnislehre und Philosophie. Zudem kannst du dich im gesamten Studiengang sowohl mit der frühislamischen als auch neuzeitlichen Geschichte, Kultur und Wissenschaft der muslimischen Welt befassen. Durch die Kurse Arabisch und Persisch kannst du deine Sprachkenntnisse erweitern und dich effektiver mit den Koran- und Hadithwissenschaften befassen. Außerdem bieten wir auch interreligiöse Kurse an. Hierzu gehören unter anderem die evangelische und katholische Theologie als auch das Jungentum. Bewirb dich jetzt für unser Online-Studium für das Sommersemester 2024. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich ganz einfach bei uns. Wir beraten dich gerne über unser Studienangebot und gehen auf deine Fragen ein. bis dahin... ... Untertitelung des ZDF, 2020